Glaubt ihr, Diätfutter ist nur für Hunde, die abnehmen müssen? Das ist ein Mythos. Ich bin Linda, Gründerin und Ernährungsexpertin von Das Gesunde Tier und heute möchte ich mal mit diesem Irrtum etwas aufräumen. Grundsätzlich ist es so, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, in Deutschland oder in Europa Futtermittel als Hersteller zu konzipieren. Und diese unterliegen dem europäischen Futtermittelrecht. Das bedeutet, dass ganz klar festgelegt ist, was ist ein sogenanntes Alleinfuttermittel, was ist ein Diätfuttermittel, was ist ein Ergänzungsfuttermittel oder was ist ein Diät-Alleinfuttermittel. Und jetzt bringen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel, denn all diese verschiedenen Begriffe können sehr verwirrend sein und oftmals wird immer noch das Wort Diät gleichgesetzt mit Gewichtsverlust. Das heißt aber nicht, dass das richtig ist. Fangen wir an mit Alleinfuttermittel, der wichtigsten Sorte. Ein Alleinfuttermittel ist, wie der Name schon sagt, darauf ausgelegt, dass eure Vierbeiner in einem gewissen Lebenszyklus, das heißt als Welpe oder als erwachsener Hund, mit diesem Futter den kompletten Ernährungsbedarf decken können. Das heißt, aus ernährungsphysiologischer Sicht sind dort keine einzigen Nahrungsergänzer notwendig, was für euch natürlich sicher und bequem ist, den Hund ausreichend zu ernähren. Die Vorlagen dafür liefern uns die Kommission Fediav. Dort sitzen Ernährungsexperten, die ausrechnen, was braucht der Hund an verschiedenen Mineralien, Spurenelementen, wie hoch ist der Proteinbedarf, der Kohlenhydratbedarf. Und danach werden Alleinfuttermittel in der Regel ausgerichtet. Heißt nicht, dass sich alle Hersteller daran halten, aber diese Vorgaben sind wichtig und dürfen auch nicht unterschritten werden. Das ist zum Thema Alleinfuttermittel eine wichtige Info, dass ihr sicher seid, mit einem Alleinfuttermittel kann euer Hund bis ans Lebensende ernährt werden, ohne dass er irgendwelche anderen Zusätze braucht. Jetzt kommt das Thema Diät-Alleinfuttermittel. Auch da ist es so, dass es nicht heißt, Diät heißt zum Abnehmen Alleinfuttermittel, sondern Diät in diesem Zusammenhang beschreibt den Ernährungszweck. Das heißt, es gibt verschiedene, und die sind auch im Futtermittelrecht geregelt, verschiedene Ernährungszwecke. Zum Beispiel Ernährungszweck Resorptionsstörungen des Darms oder Ernährungszweck bei Nierenerkrankungen. Und danach werden die Futtersorten konzipiert. Heißt aber, wie der Name schon sagt, Diät-Alleinfuttermittel. Dieses Futtermittel ist für einen bestimmten Ernährungszweck, wie jetzt zum Beispiel bei Verdauungsproblemen, und ist aber trotzdem geeignet, den Hund dauerhaft und langfristig damit zu ernähren, weil es, wie die erste Sorte, ein Alleinfuttermittel ist. Das heißt, im Falle wie unser Intesto, was wir kürzlich umgestellt haben, von einem früheren normalen Alleinfuttermittel, hat jetzt den Ernährungszweck Diät-Alleinfuttermittel bei Resorptionsstörungen des Darms bekommen. Damit ist es ausgelegt, dass wir es einsetzen dürfen bei Verdauungsproblemen, bei chronischer Pankreasinsuffizienz und auch bei Leberproblemen. Aber trotzdem und nur deswegen haben wir das Recht, dieses Futtermittel so zu bewerben, weil es genau nach den Vorgaben des Futtermittelrechts konzipiert wurde. Aber trotzdem könnt ihr ganz sicher sein, dass ihr mit diesem Futter den Tagesbedarf des Hundes deckt und der Hund damit auch komplett ernährt werden kann über lange Zeit. Und das ist wichtig zu wissen, dass Diät-Alleinfuttermittel nur den Ernährungszweck beschreibt. Davon werden wir noch mehr machen. Wir haben auch den Ernährungszweck bei Nierenerkrankungen und wir werden dann demnächst auch den Ernährungszweck bei Blutzuckerproblemen und Glucoseverwertung bekommen. Also so viel zum Thema Diät-Alleinfuttermittel. Ernährungszweck, trotzdem Alleinfuttermittel. Eine weitere Kategorie ist ein Diät-Futtermittel. Ein reines Diät-Futtermittel hat auch die Ausrichtung für einen bestimmten Ernährungszweck bei gesundheitlichen Problemen, was dann zur Unterstützung gedacht ist, wie zum Beispiel Diät-Futtermittel bei Niere, Diät-Futtermittel bei Gelenkerkrankungen. Aber da muss man bedenken, dass das ein Futter ist, was nur für eine bestimmte Zeit gefüttert werden kann, weil es nicht vollumfänglich alle Nährstoffe enthält. Also da muss man ganz gut schauen auf die Deklaration. Wenn Diät-Futtermittel auf der Packung steht, sind meistens für die langfristige Fütterung noch verschiedene Ergänzungsfuttermittel notwendig, damit der Hund vollumfänglich versorgt ist. Dann kommen wir zum Thema Ergänzungsfuttermittel. Ergänzungsfuttermittel sind, wie das Thema schon sagt, Ergänzungsfuttermittel, dienen auch einem bestimmten Zweck. Das heißt, das sind meistens Zusätze in Form von Tabletten, Pulver, Öle, die man dann für bestimmte Zwecke, wie zum Beispiel bei Magenerkrankungen, bei Pankreasproblemen, bei Gelenkproblemen, wie man das auch kennt, die Grünlippenmuschel, was für die bestimmten Defizite zu tun. Das sind Futtermittel, für die der normale Alleinfuttermittel nicht ausreicht, wo dann noch bestimmte Bedarfe bei Hunden da sind, die man damit dann noch decken muss. Wie zum Beispiel Fettsäuren, wenn Entzündungen da sind, dass man dann auch Fettsäuren damit aufwerten kann. Ja, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Einblick geben konnte, wie die verschiedenen Sorten zusammengesetzt sind. Aber was ihr wissen müsst, was absolut wichtig ist, ist die Unterscheidung Alleinfuttermittel für jeden Hund, Diät-Alleinfuttermittel für jeden Hund, aber für einen bestimmten Zweck. Und Diät-Futtermittel nur für einen bestimmten Zweck und nur für eine bestimmte Zeit. Ihr seht also, die richtige Ernährung und die richtige Auswahl ist entscheidend, um die Gesundheit und das Wohlergehen eurer tierischen Freunde zu unterstützen. Teile dieses Video mit Freunden, die sich für die Aufklärung tierischer Mythen interessieren. Ja, ich muss das wiederholen. Vielen Dank.